Okay, jetzt haben wir den Dampf. Okay, aber ich habe den Dampf doch jetzt ausgemacht. Müsst ihr nicht in der Regel jetzt eigentlich dieses Zahnrad, was wir vorhin gesehen haben holen. Kommt doch hier und so, glaube ich, oder? Doch da hinten, wenn man noch einen durch kann. Okay, man hört es doch, dass hier irgendwas noch unterwegs ist. Bleibt mir bloß weg. Okay. 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 Das taucht immer aus dem Nichts aus. Das kann man noch keinem erzählen. Schockgranate. Ich hab's jetzt. Okay. Munitionskiste MG aufgehoben. Nicht schlecht. Wir nehmen unseren Maschinenraum. Die Energie wiederherzustellen ist ein richtiges Timing. Zwei Schlüsse müssen gleichzeitig verwendet werden. Der Fall ist die Neustartschlüsse fähig. Müssen sie... Okay. Oh Mist. Ich glaube man muss beide gleichzeitig starten. Dann brauchen wir wirklich den Schlüssel. Okay. Jetzt muss ich wieder... Ne, halt. Wir machen das mal anders. Muss ich zu viel laufen wieder. Wir legen den um. Eine Abdeckung hat sich von der Leitung im Kino gelöst und jetzt sieht der Dampf aus. die Maschinenraum bis zwei Hebel. Okay. Okay. Ist das noch mehr Dampf hier oder was? Das ganze ist jetzt nicht verständlich für mich. Hm. Das ganze lieber nochmal so und gehen nochmal zurück. Mal sehen, mal sehen wo die Wege uns langfühlen hier. Wie ist das hier denn nicht für zu? Okay. Gehen wir mal zurück da wo wir hergekommen sind. Schauen wir aber erstmal rechts hier. Sicherlich verschlossen. Oh, offen. Da fällt mal ne Waffe. Ah, Waffe wechseln. Ja, was haben wir denn hier eigentlich? Sieht schick aus. Eine schicke Oak oder so in der Art. Dann hört ihr immer noch was schwimmen, bin ich der Meinung. Pistole ist eigentlich gut getunt. Ich finde, wir behalten die Pistole. Scannen wir nochmal. Okay. Dann kommt schon wieder was. Davor drücken wir uns aber jetzt. Die reine Munitionsverschwendung. Ja, warte noch einen kleinen Augenblick. Wir können noch nichts dafür hier. Schlimm, schlimm. So, wir sind von hier gekommen. Wir gehen mal hier rüber jetzt. Oh, da oben. Wie kommt man denn da ran? Hä? Hä? Hatte ich nicht. Ich hatte doch hier den Dampf ausgeschaltet. Wir müssen wir doch bei Hebel umlegen. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück, ganz kurz hier, irgendwas ist das doch auch hier. Was ist da wohl drin, ja, sehr interessant. Aha, das ist das Zahnrad was mir fehlt, alter, muss einen das Vieh so erschrecken, das braucht kein Wasser, das hüppelt ihr auch gerne mal hier so vor der Nase, okay. So, jetzt ist der Dampfdruck, so. Er hat nen Schlüssel, mir fehlt der, wahrscheinlich ist der dahinter. Bewegen wir uns mal wieder zurück, aber wenn jetzt der Dampf nicht aus ist, dann weiß ich nicht weiter. Wo war denn jetzt hier grad nochmal Option, ganz kurz was nachgucken. Neustartschlüssel suchen, eine Tastatur, wir wollen mal ganz schnell. Nachladen, Genius, Waffe, Munitions- und Schlüsselobjektbildschirm, Kartenbildschirm F4, genau das habe ich gerade gesucht. Ist kein Ziel vermerkt. Türen können nicht geöffnet werden. Kielraum. Kielraum. Aber hier war ja auch nichts mehr. Da seht ihr, dass der Dampf noch an ist. Irgendwie... Nichts funktioniert. Kielraum. 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 Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sag ich mal, wie man die Hebel legen kann. Den einen an, den einen wieder aus und vielleicht den jetzt wieder an. Keine Ahnung, wir werden es gleich sehen, aha, einmal ein bisschen am Rädchen drehen, schießen hätte leider auch nichts gebracht, oh und der Dampf ist weg. Das ist das Zahnrad, wo wir da draußen schon gelang waren, irgendwas höre ich hier aber trotzdem, genau, wie ich schon gerade sagen kann. Und er sagt ja, wir haben ja auch mal wieder was gefunden. Da muss man ja sehen. Das ist doch, man kann nicht was finden, leider ohne dass man einen unerlaubten Besuch wiedererwartet. Hier ist alles kurz und klein? Ja, sich im Kreis zu drehen scheint hier unsere Hauptbeschäftigung zu sein. Nicht normal. Oh. 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 Oh.